Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Mittwoch reingestartet. Momentan traden wir bei 16.500 US-Dollar. Wir hatten einen sehr, sehr bullischen Tag, muss man schon sagen. Wir haben uns sehr gut erholt von unseren Tiefständen bei ungefähr 15.000 US-Dollar. Trotzdem müssen wir uns auf ein, zwei Sachen noch gefasst machen, beziehungsweise sollten wir auf ein, zwei Sachen noch achten. Aber bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne einen Kommentar unten reinlassen mit euren Altcoin-München. Und damit genug Eigenwerbung gemacht. 16.500 US-Dollar, das ist die Marke, wo wir momentan traden. Es gibt aber, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, so ein kleines Aber. Und zwar auf dem 1-Stunden-Chart haben wir noch zwei Vektoren liegen, die noch meines Erachtens abgeholt werden sollten. Einer geht bis ungefähr 15.810 und der andere genau am Daily Open bei 16.200 US-Dollar. Und die Daily Open werden teilweise sogar noch schneller geholt, weil einfach hier der Tagesbeginn ist und somit können wir auch diesen Tagesbeginn dann relativ schnell wieder recoveren. Das ist momentan so dieser Unsicherheitsfaktor, der uns noch mal bis 15.800 oder sogar tiefer bringen könnte. Darauf sollten wir achten. Wir wurden jetzt hier an dieser Psi-Low-Range erst einmal zurückgewiesen. Für mich aber momentan, einfach obwohl der RSI auf den 1-Stunden-Chart natürlich schon Bearish Divergence darstellt, mit einem 70er RSI, bin ich noch nicht in wirklicher Short-Stimmung. Also ihr wisst, normalerweise gehe ich relativ früh short oder bin eher so ein bisschen mehr der Shorter als der Longer hier. Aber für mich momentan fehlt hier einfach noch ein bisschen was. Und zwar, wir haben hier oben noch bei ungefähr 17.000 bis 17.200 US-Dollar die wichtige Range. Und das ist so die Daily Range, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Wenn wir hier einen Daily Close darüber kriegen, weil hier im Endeffekt unsere letzten beiden Hochs liegen bei ungefähr 17.250, kriegen wir einen Daily Close darüber, ist es meines Erachtens sehr, sehr bullish. Aber vorher, im Vorhinein ist es natürlich auch noch mega Widerstand. Unseren Boden bei ungefähr 15.400 US-Dollar wurde mit sehr, sehr wenig Volumen gebildet. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Trotzdem traue ich der ganzen Sache noch nicht. Heute Abend um 19 oder 20 Uhr wird das FED-Protokoll doch veröffentlicht. Wir haben jetzt um 16 Uhr auch noch ein paar Daten hier, Einkaufsmanagerindex, Inflationserwartungen der Uni Michigan. Also da kommt schon noch einiges jetzt zwischen 16.30 und 17.30 auf uns zu. Auch die Rohöllagerbestände haben wir im Wochenausblick drüber gesprochen. Also so richtig traue ich der ganzen Sache noch nicht. Es würde meines Erachtens sehr, sehr gut stehen, wenn wir einfach nochmal hier hochkommen, die Liquidität hier oben bei ungefähr 17.000 bis 17.200 US-Dollar abholen und somit auch eine dritte Welle, das heißt ein Pump, Konsolidierung, zwei Pump, Konsolidierung, dann den dritten und letzten Pump einfach nochmal in die Region und dann eben diese Vector-Candles bis ungefähr 15.800 US-Dollar abholen. Würde meines Erachtens momentan besser stehen. Deswegen werde ich wahrscheinlich später auch noch ein kleines Setup in die Telegram-Gruppen posten. Einerseits in die Talk, auch in die Analyse-Gruppe. Also kommt da gerne rein, wenn ihr keine Trades mehr verpassen wollt. Gut, ja, das ist das, was mich momentan noch ein bisschen verunsichert. Wir haben die Ineffizienzen rausgenommen, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber ansonsten so richtig Volumen, klar, auf dem 4-Stunden-Chart ist keinsersichtlich. Auf dem 1-Stunden-Chart hatten wir hier den ersten Peak mit der Vector-Candle mit viel Volumen, den zweiten Peak und jetzt konsolidieren wir halt ein bisschen. Aber wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen unsicher, auch was die Bodenbildung anbelangt, weiß ich nicht. Wir haben hier noch eine relativ einigermaßen hohe Candle hier unten in diesem Bereich, die wir uns nochmal abfischen könnten, heißt nochmal so ein kleineres, tieferes Tief. Wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen und dann erst eine Rallye zu starten. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie heute der ganze Tag verläuft. Aber an sich kleine Erholung, aber auch noch kein höheres Hoch. Das heißt, an der Stimmung bzw. am Gesamtbild hat sich bisher wenig geändert und weiterhin gilt Vorsicht und für mich zumindest kurzfristig immer noch mehr Short-Momentum anstatt Long-Momentum. Aber gut, warten wir mal ab, schauen wir uns Ethereum an. Hier gleiches Spiel, Ineffizienz abgeholt. Erst einmal ein gutes Zeichen hier, aber trotzdem noch kein höheres Hoch. Wir haben auch hier deutlich mehr Short-Momentum. Auch hier ganz kurzer Blick in den Traders-Reality-Indikator. Mehrere Vektor-Candles, die hier schon gefischt wurden. Hier haben wir schon sogar fast diese drei Tops gebildet. Ja, gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Wir haben hier oben aber auch nochmal diese kleinere Ineffizienz hoch. Das wollte ich nicht. So, diese Ineffizienz hier oben meine ich bei ungefähr 1.202. Wäre mir persönlich lieber, wenn wir auch hier nochmal diesen kleinen Impuls kriegen, vielleicht jetzt mit den Daten in den nächsten Stunden, vielleicht mit der Fettsitzung, nochmal diesen Impuls einfach nach oben, auch hier in diese Psy-Range reinzukommen, dann hier zu recovern, nach unten hin und dann hier unten eine neue Long-Position aufzumachen. Also das ist für mich momentan zumindest der beste Schritt. Jetzt Shorten finde ich, wir sind gerade in so einem Niemandsland, meines Erachtens nach. Wir haben zwar hier jetzt diese 1-Stunden-Supply-Zone, aber ich bin nicht ganz zufrieden. Wir können nochmal ganz kurz das FIP-Level dazu einzeichnen. Da sehen wir auch, okay, Golden Pocket sind wir auch rejected worden, 1-Stunden-Supply, aber mir gefällt dieses Gesamtbild noch nicht. Vielleicht verpasse ich jetzt einen Haufen Profite, wenn wir hier jetzt nicht Short gehen zusammen. Aber ich weiß nicht. Mir gefällt diese ganze Richtung einfach noch nicht. Auch dieser Long-Impuls, klar, hat mit Vektoren und sowas gestartet. Aber ich bin da vielleicht nochmal ein bisschen zu vorsichtig. Hier würde ich mir auch wünschen die 1.200 US-Dollar. Das wäre für mich ein klareres Short-Signal, um die ganzen Ineffizienzen hier oben rauszunehmen. Wir hätten dann den ganzen Dump von letzter Woche wieder recovered. Wir hätten hier oben noch ein paar Vektoren rausgenommen. Die Ineffizienzen, die Supply-Zone wäre meines Erachtens lieber, als jetzt schon Short zu machen und dann hier einen wunderschönen doppelten Boden, sage ich mal, auf Tageslicht dann auch auszubilden. Dann Update zu XRP. Hier habe ich ja in die Gruppe geschrieben, 25% des Trades sind mittlerweile zu. Den haben wir hier unten mitgenommen. Müsste jetzt mittlerweile auch ordentlich, also egal wo man rein ist, teilweise 9. Mittlerweile sind es noch 7%. Also auch hier mit einem Dreierhebel ordentlich Profite gemacht. Ist erstmal okay. Die 25% sind erstmal gesichert. Schauen wir jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Wir haben die Supply-Zone rausgenommen. Das heißt, höheres Hoch, zumindest auf den kleineren Timeframes schon mal gebildet. Wichtig wäre trotzdem, hier oben die 40 US-Dollar-Cent meines Erachtens anzutesten. Beziehungsweise hier sogar ein Schlusskurs, ein Daily-Schlusskurs darüber wäre Bullish. Alles andere wäre einfach nur die Wicks hier oben wieder abzuholen und dann die Trendwende nach unten hin zu machen. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch Luft in dem Bereich der 0,39. Trotzdem Profite gehören dazu. Vor allem in so einer Marktphase lieber die Profite einsacken, bevor man sich im Nachhinein darüber beschwert. Gut, dann schauen wir uns noch ein paar andere Altcoins an, die extrem pumpen. Da ist einer BNB aus diesem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Falling Wedge, wenn man das so ein bisschen nennen kann. Wir hatten über die Bullish Divergence gesprochen auf dem Daily. Seitdem kennt der Kurs nur eine Richtung. Ganz kurzer Blick vielleicht noch auf hier das Golden Pocket können wir mal noch ziehen von unserem High zu unserem Low. Also demnach hätten wir auf jeden Fall noch Luft bis 318 US-Dollar. Müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt so weit kommen. Aber mein Nummer 1-Coin zumindest heute, am heutigen Tag oder seit gestern schon. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken. Wo haben wir es? Jetzt finde ich das wieder nicht. Das ist wieder so typisch, wenn man live ein Video aufnimmt. Litecoin, genau. Litecoin, wisst ihr ja, ist immer noch so mein Geheimfavorit für das Jahr 2022 ist schon ziemlich rum, aber auch für 2023. Wir befinden uns hier in dieser Daily-Supply-Zone. Das heißt auch, ich habe vorhin, habe ich das in der Gruppe geschrieben, auch hier habe ich 25% meiner Spots verkauft mittlerweile. Beziehungsweise die Gewinne auf jeden Fall mal mitgenommen, weil wir hier unten extrem schon akkumuliert haben in diesem 40er-Bereich. Also das war ja immer so in den Altcoin-Update-Videos. Hier diese Range, die grüne Box wurde getroffen. Das war unser erster Entry bei 40. Also wir sind hier schon knapp 100% im Plus. Da kann man auch mal Profite nehmen. Ich habe euch ja gesagt, von den Altcoins gehe ich normalerweise so vor. Sobald ein Coin 100% hat, nehme ich die 100% raus. Beziehungsweise die Gewinne raus oder einfach den Einsatz, je nachdem wie wir es machen wollen. Und lasse den Rest laufen. Somit kein Risiko mehr. Mich juckt es nicht mehr, wo dieser Coin einfach hingeht. Deshalb herzlichen Glückwunsch an alle, die die Altcoin-Videos auch immer verfolgen. Das war perfekter Entry hier unten in die 40er-Region. Und deswegen kann man sich jetzt auch erstmal Profite nennen. Jetzt schauen wir uns doch mal ganz kurz an, wo könnte die Reise denn kurzfristig noch hingehen. Also wir haben ein Golden Pocket in diesem Bereich bei 100 bis ungefähr 101. Das wäre so das Maximumziel. Für mich persönlich möchte ich jetzt erst einmal dieses hochgefischt haben. Bei ungefähr 83, 84 US-Dollar ein höheres Hoch auf den kleineren Timeframes. Das wäre für mich so der erste kleine Short-Impuls, den wir hier gehen könnten. Aber Maximumziel für mich die 91, 92 US-Dollar. Weil wir hier unten noch diese Wicks hatten. Das heißt, wir hätten die Ineffizienz gefüllt. Und das wäre für mich der erste Short-Indikant. Und hier würde ich nochmal ein bisschen mehr Profite rausnehmen. Bevor wir dann bei relativ, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, günstigeren Kursen, sollte hier ein Rücksetzer kommen, in die Region um ungefähr 73 US-Dollar wieder nachkaufen würde. Das heißt, die Gewinne wieder reinvestieren. Somit hat man auch sehr, sehr wenig, ich sage jetzt mal Verlustrisiko oder sonstiges. Aber Litecoin auf jeden Fall einer der Coins, der extrem steil geht. Dann Kusama, auch jemand, der sich deutlich, deutlich erholt hat, muss man auch dazu sagen. Wir befinden uns hier weiter in diesem Falling Wedge. Weiterhin valide. Long-Position bin ich weiterhin am überlegen, ob ich hier eröffne. Ich warte hier eigentlich auch noch auf einen kleinen Rücksetzer, weil wir jetzt schon wieder 12% gepumpt sind. Und hier unten noch sehr, sehr viel Volumen liegt. Also da warte ich noch ein bisschen. Das Falling Wedge auf jeden Fall noch intakt hier. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, noch so ein kleines Altcoin-Update-Engine. Engine hat nämlich unseren zweiten Kaufbereich hier unten genau bei 0,28 erreicht. Also auch hier sehr, sehr schöner Entry für alle, die das mitgenommen haben oder die Altcoin-Updates immer verfolgen. Perfekt hier drüben, diese grüne Box abgeholt. Also auch hier jetzt mittlerweile Spot drinnen. Ansonsten tut sich wenig bei Engine hier zumindest. Wir könnten das noch ein bisschen anders einzeichnen. Ich glaube, das war der Log-Chart, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, war der Log-Chart. Auf dem Auto-Chart weiterhin im Widerstand. Gut, das war's. Update von den ganzen Altcoins. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Büsse noch habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die im Laufe der Woche noch an. Das war's von mir. Lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto. Bis zum nächsten Mal.